Die Schwarzwälder Kirschtorte Am 28. März freuen wir uns alle auf den Nationalen Tag der Schwarzwälder Kirschtorte. Zunächst einmal verdient die absolute Schönheit der Torte selbst eine eigene Würdigung, wie die Schokoladenspäne mit den Marraquinokirschen und der weißen Sahne. Über den Geschmack brauchen wir gar nicht erst zu reden, denn dann werden wir den ganzen Tag hier verbringen. Wusstet ihr, dass die Torte ursprünglich ein einfaches Dessert war, das aus Sahne, Kirschen, Schokolade und Alkohol bestand? Das klingt immer noch lecker, aber doch recht simpler als die extravaganten Kreationen, die wir heute kennen. Über die genauen Ursprünge der Schwarzwälder Kirschtorte gibt es viele widersprüchliche historische Berichte. Einige Geschichtswissenschaftler glauben, dass die Torte im 16. Jahrhundert in einer deutschen Stadt namens Baden-Württemberg erfunden wurde. Dieser Ort war nicht nur für seine romantische Landschaft berühmt, sondern auch als einer der ersten Orte bekannt, an dem Schokolade in Kuchen und anderen Dessertrezepten verwendet wurde. Baden-Württemberg war auch berühmt für seine Sauerkirschen und das Kirschwasser, einen Kirschwasserbrand. Es wird vermutet, dass die Schwarzwälder Kirschtorte ihren Namen von diesem Alkohol hat. Eine andere Geschichte besagt, dass die Torte 1915 von Josef Keller, einem Konditor im Café Arendt in Band-Godesberg, erfunden wurde. Populär wurde sie aber erst in den 1930er Jahren. Interessanterweise behauptet ein anderer Historiker, der Konditormeister Erwin Hildenbrand, habe das Rezept 1930 entwickelt. Hildenbrand hatte in verschiedenen Gebieten des deutschen Schwarzwalds gearbeitet. Heute wird die Torte in vielen Teilen der Welt in verschiedenen Variationen genossen. Die amerikanische Version enthält keinen Alkohol, aber in Ländern wie Österreich und Deutschland muss eine echte Schwarzwälder Kirschtorte Alkohol enthalten, damit sie überhaupt als Schwarzwälder Kirschtorte bezeichnet werden kann. Während das Wesen einer Schwarzwälder Kirschtorte im Laufe der Jahre gleich geblieben ist, gab es leichte Veränderungen des Rezepts, als es über Länder und Kontinente hinweg gereist ist. Die meisten Amerikaner und Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate genießen die süße Leckerei, wie gesagt, ohne den Zusatz von Alkohol. Aber auch Veganer haben das Dessert an ihre eigenen Vorlieben angepasst. Aber eines bleibt, und das ist die absolute himmlische Freude, die der Kuchen seinen Essern bereitet. Man sagt, dass man die Kultur und Geschichte eines anderen Landes am besten kennenlernt, wenn man sich mit dessen Lebensmitteln beschäftigt. Mit der Schwarzwälder Kirschtorte ist eine Menge Geschichte verbunden, von den Zutaten über die Herkunftsorte bis hin zur Art und Weise, wie sie verkauft wird. Wusstet ihr, dass die Schwarzwälder Kirschtorte ihre Zutaten wahrscheinlich von einem Kleid hat, das die Frauen im Schwarzwald trugen? Das ganze Kleid war schwarz, Schokolade, die obere Hälfte war cremeweiß, Schlagsahne und der Hut war mit roten Bommeln umwickelt, die Kirschen. Ihr könnt also diesen Tag genießen, indem ihr entweder in eine Bäckerei geht und euch ein schönes Stück Torte gönnt, oder ihr traut euch selber an eines der vielen Rezepte, die ihr online finden könnt. Macht den Kuchen, wie ihr wollt, aber behaltet natürlich die authentischen Aromen, wie Schlagsahne, Kirschen und Schokolade bei. Und das Beste daran, ihr könnt die Proportionen nach eurem Geschmack anpassen. Wenn ihr also mehr Schokolade wollt, tut das. In diesem Sinne, guten Appetit!